Ich glaube, das wäre dein kurzer Höhepunkt. Ich hoffe, Sie frieren noch nicht. Meine Rede ist jedenfalls kürzer als die meiner Vorgänger. Die haben ja auch schon viele schöne Gedanken genannt. Und als allererstes, weil es so schön hier aussieht, möchte ich sagen, einen wunderschönen guten Abend, Gera. Vielen Dank. Das war ja eine große Überraschung. Das war allerdings auch die Schlagzeile heute in der OTZ, wo ich mir sage, der eigentliche Skandal ist doch nicht, dass Sie selbst das nicht wissen, sondern der eigentliche Skandal ist, dass Sie auch nicht wissen, wie viele unregistrierte Personen sich hier in Deutschland aufhalten, wo diese Personen sind und was diese Personen hier wollen. Die Bundesregierung hat vollkommen die Kontrolle verloren über alles und jeden, kann man sagen. Und dann wundern sich die Politiker, warum die Menschen hier auf die Straße gehen. Ich sage, wir gehen auf die Straße, weil wir uns Sorgen machen um unsere Sicherheit und weil die Bundesregierung unsere Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Und ich sage auch, wenn eine Bundesregierung die Sicherheit des eigenen Landes und des eigenen Volkes nicht mehr garantieren kann, dann ist das eine Schande für unser Land. Des Weiteren war heute Interessantes in der Zeitung der Personalrat des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Der beschwert sich. Er sagt nämlich, dass bei der Bearbeitung von Asylanträgen, speziell von Syrern und Eritreern, kein rechtsstaatliches Verfahren mehr gewährleistet sei. Der Personalrat sagt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf eine Identitätsprüfung verzichtet. Und, das möchte ich auch ganz gerne wörtlich zitieren, der Personalrat sagt, es ist davon auszugehen, dass es einen, Zitat, hohen Anteil von Asylsuchenden gibt, die eine falsche Identität angeben, um eine Bleibeperspektive mit der Möglichkeit des Familiennachzuges zu erhalten. Ja, es ist richtig, dass Sie das so laut sagen. Dazu muss man wissen, dass der Bundesinnenminister de Maizière schon vor Wochen geschätzt hat, dass 30 Prozent der Asylsuchenden, die sich als Syrer ausgeben, gar keine seien. Ich frage Sie, wo ist da der Rechtsstaat, wenn der Innenminister davon ausgeht, dass 100.000 Personen unter dem Deckmantel einer falschen Identität Leistungen, Bleiberecht und das Recht auf Familiennachzug erschleichen. Und der Innenminister unternimmt dagegen nichts. Er weiß es und macht nichts. Und da kann man nur sagen, er als Innenminister macht sich selbst und den Staat zum Gehilfen von Betrügern. Ganz genau. Man kann sich fragen, wie geht es weiter. 1,5 Millionen Menschen sollen dieses Jahr nach Deutschland einreisen. Und statistisch gesehen sind zwei Drittel davon irgendwann, wenn sie hier angekommen sind, dann abgelehnte Asylbewerber. Also ein Drittel kriegt normalerweise Asyl statistisch gesehen und zwei Drittel eben nicht. Und das heißt dann natürlich, diese zwei Drittel sollten eigentlich so schnell wie möglich wieder abgeschoben werden. Aber machen wir uns doch nichts vor. Diese Menschen sind dem Ruf von Frau Merkel gefolgt. Und die kommen nicht, um wieder abgeschoben zu werden, sondern die kommen, um zu bleiben. Frau Merkel mimt ja jetzt schon die Hilflosigkeit in Person. Sie meint tatsächlich, das meint sie immer, aber ich möchte es gerne wörtlich zitieren. Es liegt ja nicht in meiner Macht. Es liegt überhaupt in der Macht keines Menschen aus Deutschland, wie viele zu uns kommen. Frau Merkel, ich hoffe, Sie hören zu. Das war exklusiv für Sie aus Gerab. Und genauso wie sie diesen Unsinn jetzt von sich gibt und wie sie uns jetzt weismachen will, dass sie als Bundeskanzlerin in Deutschland nicht die Macht hätte, unsere Grenzen zu schließen, so wird sie uns auch in ein paar Monaten erzählen, es liegt ja nicht in meiner Macht. Es liegt überhaupt in der Macht keines Menschen aus Deutschland, dass Menschen abgeschoben werden. Die Kaltblütigkeit, mit der sich die Merkel-Regierung über Recht und Gesetz hinweg setzt, ist beispiellos in Europa. Und die Gedankenlosigkeit, mit der die Merkel-Regierung unsere Werte aufgibt, ist beispiellos in Europa. Und im Anschluss an meine Vorredner, die diese Forderung schon aufgestellt haben, kann ich nur sagen, Frau Merkel, treten Sie zurück. Das ist offenbar das Einzige, was Sie für uns noch schaffen können. Ich glaube, wir sollten das extra nochmal aufnehmen auf Video, nur für Frau Merkel. Aber, angenommen, Frau Merkel tut das dann auch so und Frau Merkel ist dann weg, ist damit denn dann das Problem gelöst? Genau, ich sage nein, denn wir haben ja nicht nur Frau Merkel, sondern wir haben ja auch ein Merkel-Kabinett. Und das Kabinett ist voller Menschen, die die Selbstaufgabe unseres Landes mittragen. Was soll es uns bringen, wenn ein Herr Schäuble Bundeskanzler wird? Ein Herr Schäuble, der Milliarden deutscher Steuergelder wieder und immer wieder nach Griechenland auskippt. Ein Herr Schäuble, der jetzt mit der schwarzen Null den Haushalt plant, obwohl er genau weiß, was für Belastungen durch die Asylbewerberkrise noch auf uns zukommen werden. Und ein Herr Schäuble, der die Asylbewerberströme mit einer Lawine vergleicht und damit so tut, als ob die Bundesregierung nichts für dieses Desaster können würde. Gehen es vor uns in Kassen bei der Regierung? Ich kenne Schäuble sicher aus. Und dazu sage ich, Frau Merkel, nehmen Sie Ihr Kabinett doch direkt mit. Wir brauchen Sie hier nicht. Und nun, man muss auch eines ganz klar sagen, die Asylpolitik, die derzeit in unserem Land betrieben wird, die geht ganz klar zu Lasten der Schwachen in unserer Gesellschaft. In Städten wie Jena und in Erfurt, aus Jena weiß ich es ganz Besonderes, aber auch eigentlich in allen Kommunen ist die Leistungsgrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern erreicht. Aber statt die Notbremse zu ziehen, werden munter weiter die Turnhallen gefüllt. Heute habe ich außerdem einen Bericht in der Zeitung gelesen, wo mir dann klar wird, wo das Geld herkommt. Denn da wurde berichtet von einer Schule in Blankenhain, wo jetzt klassenweise der Unterricht ausfällt, wegen Lehrermangels. Da kann man dann sehen, wo das Geld abgezogen wird und muss an anderer Stelle für fremde Menschen wieder reinzupumpen. Also die Turnhallen werden gefüllt und Leidtragenden sind unsere Schulkinder und die Sportvereine. Es wird ja auch weiterhin noch gerne das Fachkräftemärchen erzählt, vor allem von den Roten und den Grünen. Da wird es eigentlich rauf und runter gebetet. Auch da hat mir heute jetzt jemand erzählt, Frau Merkel hat just heute bei Phoenix gesagt, wir müssten einfach mehr Propaganda, das Wort hat sie benutzt, machen, in Afrika, um Fachkräfte zu bekommen. Eigentlich ist jedem klar, außer Frau Merkel und den Linken und den Grünen, dass aus diesen Ländern Menschen kommen, die unsere Sprache nicht können und die aus Bildungssystemen kommen, die unserem weit unterlegen sind. Ich habe auf der vorletzten Demo, war es glaube ich in Erfurt, schon mal was zu den Analphabetenraten in den Herkunftsländern der Asylbewerber gesagt. Und ich sage es gerne noch einmal. Kosovo hat eine Analphabetenrate von 8%. Der Irak hat eine Analphabetenrate von 20%. Pakistan hat eine Analphabetenrate von 42%. Und Afghanistan hat eine Analphabetenrate von 61%. Wir können und wir wollen unseren Fachkräftebedarf nicht aus diesen Ländern decken. Wenn dann aber hauptsächlich Personen kommen, die keine Sprachkenntnisse besitzen und auch nicht die entsprechenden Ausbildungen, die hier Standard sind, mitbringen, dann werden diese Personen hier entweder von Hartz IV leben oder im Niedriglohnsektor arbeiten. Und für den Niedriglohnsektor, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, da wurde jetzt schon mehrfach vorgeschlagen, den Mindestlohn für anerkannter Asylbewerber auszusetzen. Abgesehen davon, dass man sich fragen kann, ob man hier so Menschen wie Menschen zweiter Klasse behandeln möchte, geht das natürlich auch zulasten der Deutschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Denn die kriegen dann konsequenterweise keine Arbeit mehr. Und deswegen ist es auch ein gutes Recht dieser Menschen, sich jetzt zu sorgen um ihre finanzielle und berufliche Zukunft. Wo aber wollen wir hin? Ganz klar ist, denke ich, dass wir das schaffen müssen, was Angela Merkel nicht schaffen will. Wir müssen unsere Grenzen schließen und das Asylchaos beenden. Wir wollen zu dem zurückkehren, was uns Deutschen wichtig ist, nämlich zu Recht und Ordnung in unserem Land. Und was mir auch ganz wichtig ist und was ich glaube, was uns als Land sehr gut täte, ist, dass wir zu einem positiven Selbstverständnis zurückkommen. Und ich denke, wir können uns da ein Beispiel an unserer Jugend nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, mir war es neu. Ich habe jetzt erfahren, 62 Prozent aller jugendlichen Deutschen sagen, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Wir alle sind hier, weil wir unser Vaterland lieben. Und hier oben sieht man ja schon einen kleinen Ausblick. Grenzen sichern, Asylchaos beenden, 51 Prozent AfD, 100 Prozent Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Ich sage Ihnen aber auch, 51 Prozent AfD bedeuten auch, dass wir wieder einen Bundeskanzler haben, der Ja zu Deutschland sagt. Ich glaube, ich mache lieber ein Video für Björn als für Frau Merkel. Und damit möchte ich auch eigentlich zum Abschluss kommen. Denn ich glaube tatsächlich, mit 51 Prozent AfD werden wir einen Bundeskanzler haben, der wieder sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Und das ist auch gut so. Dankeschön, Gera. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.